Links, genau. Jetzt kann ich glaube schon recht links, ne? Das ist so blöd. Wo kann man hier denn noch ein bisschen weiter in den See hinein? Okay, ich bin ein bisschen... Ja, ein bisschen früh, shit. Bisschen früh, das ist nicht mehr in den See hinein. Das ist eher gegen den nächsten Mauerplatz. So, da kommt Mars und Quark, Mensch. Ah, hier kommen wir weiter rein. Sehr gut, hier müsste doch ein Schild stehen. Ja, da vorne steht es aber schon. Außen.